er hat und ein halbier was auch gott das ist das nicht möglich war dies dort wenn ich es so eher die kommige hochwerten und war ein graf sie das ist ein bisschen verbrennen wird schießt und an der schilder bedanke ich mich noch mal ein paar kreis 15-minütige video nein der da muss bei super jackson an der falschstelle abgespeichert aber da hatte das rausgenommen und ja ein 15-minütiges nonstop video davon gemacht und meinetwegen wird steht der Kumpel wie es also wiederum ist wenn ihr habt es auch nur schießt nein ich mach die Garten die sind die sich da ja was soll ich so gut aus ob ich die ich dem es mal geht mehr verdammt werden nach der Kost er wird die Zaltrutsche war schuldig und da kommt auch nicht wenn denn was betätigt ist wenn du es nur dort und lutscht mir ja nicht mehr beizt naa muss hier durch jetzt sofort okay wohl nicht gelutscht okay ist ein Tor Go Retort, Lobby-Fahrer die sind keine Luches oh Gott, die Spacken voll ab ey, dann nimm das hier oh Gott, Granate, Granate oh, sehr gut, Mann, stirbt! oh, sehr gut Mann, hier nimmt die Dinger und stirbt so, jetzt sind sie gestorben keine Luches die sind Laser okay, hier steht keine Luches komm wir an dich her, es sind hier keine Luches, ich bin schon nie weiter ich habe hier diesen Anfall, diesen Anfall wo bin ich denn hier, oh Gott, alles riecht durch okay, hier ist ein Anti-Luches-Gott und ein Panzer ist hier auch oh, wir müssen erfahrt genug, ich weiß nicht ey, wie sieht so ein Panzer, schmack so ab okay, dann nimm hier einen Raketenwerfer ja genau, noch mehr Raketen auf einmal um ganz sicher zu gehen, dass er tot ist oh, der Rocket Spam hier ey, nee, oh, der hat noch... ja, was denn? jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal da hin aber man muss sagen, bis jetzt ist das Spiel noch nicht gecrashed nein, bis jetzt ist das Spiel noch nicht gecrashed es gab auch noch kein großer Grund zu sagen, okay, der Panzer vielleicht ey, was geht jetzt ab, ich wurde von etwas gelasert nee, das war, das war der Turm der hat mich abgeknallt aus irgendwelchen Gründen wieso knallt mich der Turm an, ey, wo bin ich denn jetzt gelandet, wieso bin ich schon wieder hier ja, du hast heute auch von dem Turm gelasert brennt ihr bitte, aber ihr gebt zum Glück, keine Luftschies schwimmi, schwimmi schwimmi, schwimmi nein, nicht schwimmi, schwimmi schwimmi, schwimmi mein Koks, wobei auch nur Koks mit Z ja, schwimmi, schwimmi okay, ich will jetzt hier hoch verknüpfen ja, wieso fliegt ihr gar nicht... ja, mit Z, wir sind fliegt ihr gar nicht eigentlich gar alles in Duft ja, warum nicht einfach so, Alter, ist in die Luftsprengung, auch nicht ey, wieso verbrennt man an der einen Stelle einfach so ohne Grund ey, ich glaub, ich bin in der Schraube stecken geblieben doch nicht okay, ich bin sie wieder gut, aah okay oh, was war hier denn? stirb, stirb, stirb na, ran, ich komm mir nicht lang, nein nein, doch jetzt na, wie die, ma, wie die ey, was ey, ich bin so dumm, ich hab nicht die richtige Waffe oh man, Rhein, hoff, abzuschpacken wieso nehme ich nicht einfach die hier wo ist der, wo ist der, wo ist dieser Laser-Tor wieder hin? der ist, der ist immer noch da der dumm, oh Gott, wie schmack der denn ab ey, jetzt hofft er zu drehen ja, ähm, Rhein, schmack ab was, hä, was denn? ich bin da, ich bin beim Sport also, die Lubas ist da, ich wollte schon grad sagen ach, du scheiße oh Gott, äh, die Lubas läuft da mit der Clover rein okay, weiter geht's, äh, inter-tra-ra-ras was ging denn jetzt ab? was zum Teufel? was zum Teufel? was zum Teufel? da war grad so ein übelst heftig gequietes klak klak okay, jetzt geht's wieder okay, jetzt geht's wieder ich glaub, das haben wir mal bei der Aufnahme gehört, aber es geht wieder, Leute gut Elevator Musik, man die, 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 die oh, oh das ist alles voller grüner Grütze alles voller Gülle, würde ich mal sagen das zieht wie gar nichts ab, oder wenig Gülle 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 ey, weil der ist ja auch wieder besser Gülle okay, tot Heavy Weapons Brand, oh nein oh, der hat's genauso schlimm wie Lutschis hör ich jetzt mal ganz stark sagen oder was möchtest du, Emre? Emre? Emre, sag mal was dazu Emre, sag mal was Emre? ja, wieder da, tut mir leid mein Hälter hat er grad wieder Spacken gehabt ja, aber es wär halt Spacken einfach so ab da hat ihr's mal wieder so, ich lieber zu Emre und so Spack das Hälter da oh, oh, genau und er hat die auch mein Gargantua oh, nicht Gargantua ja, nicht Gargantua, aber ich weiß schon ey, Panzer ey, ey, ey fangst du dir den Panzer auf, ihr wollt oder nicht? na ey, jetzt lässt du hier mit dem Panzer fahren ey, was wollt ihr? ich will mit dem Panzer fahren ey, was geht der jetzt ab? äh, was hab ich denn jetzt gemacht? stiep ey, oh Gott, wo der denn her? stiep also den hab ich jetzt echt nicht eingeladen ey, hier nimm ganz viele von diesen Käferlein lass mich in Ruhe stiep ey, ich bin eine Granate, ach du Scheiße oh, 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 I committed suicide, oh nein hast du gar nicht? doch, stand da oben Emre oh nein, jetzt wird wieder mein Namus auf der Welt Emre oh, Emre äh, Detektiv Flatcode wird sich darum kümmern, bin mir sicher hier so, okay dann stört man ja, man fühlt sich mit dem Mille Mille Battlefield Emre das ist nicht Battlefield ja der ist Platz ja wie so komisch nützt äh, äh kann ich das ja nicht mal mit dem Panzer hier fahren? wieso kann man das nicht? nur weil er repariert wird oder was? ja toll, der kann doch nur mit Einrad fahren ey, was ist das? Mervi 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 oh, 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 oi ey, Mervi was ist das denn für ein Ding? ey, was ist das denn für ein Ding? ich kann nur drauf ballern okay okay, halt mich mal bitte nö okay, doch ja, hier, hi, oh wix, 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 wix hier sind du auch wix hier, im Ziel okay alles klar, weiter oh, du hast halt die Türkei und da kommt so ein Viech raus was soll denn das? was soll denn das? ey, was sind das für Dinger? die sollen auch mal abgeschwacken oh Gott NEIN ah, okay es sollte jetzt tot sein okay, ist tot äh, explodiert ja, okay, ich drück auf den Knopf tschüss tschüss ja, ich bin unloggerlich ne, ne okay, loading 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 maus 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 das passt schon maus, hä? hast du maus? ja, maus zeige wo? ja, okay, geht schon wieder okay, jetzt äh, weiterladen wir sehen sie doch gar nicht in dem Video ich find's echt genial, bis jetzt okay, jetzt sind wir langsam Lambda-Komplex jetzt spielst du ist jetzt doch gar nicht abgestürzt was ich gut finde aber, das hier ja, äh, set ist ja, stimmt okay, da wollen wir mal ich vielleicht einfach obendrauf oh, das baue mir nicht wirklich, guck's kann auch so machen man, du hast die Atmosphäre kaputt ich glaub jetzt auch na gut, ich mach auch die Atmosphäre kaputt soll ich hier oben auf dem Lastwagen steh und den du machst mich anlutscht und den du hast mich anlutscht und den du hast, dass du mir nachlutscht äh, hier sind fliegende Headcrabs was? naja, egal, ist schon tot ey, Bullsquid ey, Bullsquid ey, Bullsquid 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 oh, Bullsquid Bullsquid Hör dir auf die Luchi ganz benutzen ey, warum denn? ey, das ist die Luba, alles, alles lutschen sogar die Luba lutschen sogar die Luba lutschen die Luba lutschen macht Spaß, weißt du doch ja, Moment mal die Luba lutschen uns gegenseitig so, wir machen die Tür auf aaaah ich will aber rein gut, geht weiter gut ich will hier durch aaaah aaaah ich hör doch mal auf, euch gegen das aufzulutschen keine Ahnung, was will ich ja nicht ey, Lutschiti Lutschiti ey, meine Lutsch einfach weiter egal, scheitere aaaah oh Gott weißt du, auch ein Lutschi auch Lutschi nein auch gelutscht zu, ne? hier sind keine Lutschis ne, ich habe mir einen Lutschi-Gun aufgegessen ich bin gar nicht tot, super dann bist du nicht jetzt nein ich wurde von Female Assassin umgebracht nein, wirst du nicht doch nein nur Lambda-komplex aaaah Aua, mein Fuß nein oh, komm, Kappe ah, ich drehe da durch ah, du drehst also dein Fuß ich schieße tausende Schisser auf eine Kopfkarte oh, ich nehme ein Maske sein, ich habe noch diese unbesiegbare Kopfkarte die fast gar nicht sturm ist Emre ach, was hauter mit oh man, ich mache doch nichts ich soll so machst du wohl, war so so ein Spatz ganz gut oh, ich war stell ey, was geht jetzt auf, auf durchzudrehen ey, ich bin auch durchdrehen mit einer Uzi, Uzi ja, man okay, Uzi geht echt nachschlapp Uzi, Uzi okay, Uzi ist abgeschwackt 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 okay äh, hier geht's lang ja genau oh, erst mal oh, erst mal erst mal töten Töten, töten Uzi oh, nicht pion die ganze Zeit Uzi oh, ich bin gar nicht tot verdammt echt klar ich spring dich in die Luft okay, wo sind noch mehr ich brauche dringend so n ach, gut Uzi ich kann nicht so viel ey, ich bin doch nur schlampen schwackt ich hab keinen Bock mehr okay, bremsen, 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 bremsen bremsen, 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 bremsen alles zu pinken bereich die pinken ja, immer, pinken also pinken also pinken, okay Emre jetzt ist sie komisch Emre ich hab so viel abzugehen komischerweise kam gar nicht diese krieg Emre der kam gar nicht in dieses Queek was du vorhin gemeint hast was so abgespackt ist irgendwie ja, weiß ich das kommt auch immer mal wieder zwischendurch keine ahnung, ey, was ist das linke das hab ich eigentlich sonst gar nicht ja, das hast du es halt das hast du Queek wieso hält sich das immer an okay, wo soll ich jetzt diese dumme Assassin ich laufe jetzt einfach weiter ich glaub, die sind tot ich hab hier die sogar abgespackte Sniper ja, wo geh ich denn jetzt lang keine Ahnung Dampterkomplex nö, okay, okay, ohne nicht weiter so tschüss ja, komm, ich bin eh ich bin eh wieder loading nein, ich fahr jetzt langsam runter ich war, dass es hier richtig ist ja, ich fahr jetzt runter einmal tschüss oh, ich dachte, dass der Fahrstuhl wäre explodiert okay, loading loading ja, ich hab auch den Weg gefunden da hab auch noch nie so viele Kartenabschnitte ohne Crash geschafft ja, ich stelle das nicht kaum ein Wunder oder halt dieses Ficks Ficks ich möchte nix kennst du Topix? oh Gott nein in den Geschmack so außen so wie es in den anderen Geschmack ist oi wiii ey, ich muss das nicht so bieten ey, wie fährt sich alles so schnell ey, ich töne euch alle ey, ich töne euch alle ey, wo fährt denn her? weil wir hinter die Tufas irgendwo die Tufas gleich und wie ist das Vieh schmack da? ja nicht einfach, was sind die alle verdienter geh weg geh weg so oh, endlich tot und schwack'n Klappe ok, der liebe Professor macht jetzt hier die Tür auf hat er auch und warum? wieso macht er das? ah ja, halt einfach bitte hör mal ok, ich heil dich ja, wir müssen natürlich jetzt eh nicht zuhören ok, die Lubas braucht keine Heilung die Lubas hat auch irgendwie nie Heilung die Lubas ist immer auf 100% Lebens-Grab, ey die Lubas nutzt die Typen auf die Lubas was macht die Lubas? die Lubas dreht durch die Lubas packt ab ok ok oh, jetzt mach die Tür auf red nicht so viel ja, will nicht mach einfach jo, bla, bla jetzt mach die Tür auf oh, oh, hört ihr es? jetzt mach die Tür auf jetzt mach die Tür auf ah, mach die Tür auf ich mach die Tür auf